Hallo, ich bin Frau Lups und ich darf euch heute das Mode-Label Pin-Up Bella Fashion vorstellen. Hinter Pin-Up Bella Fashion steht Anja und die hat ein ganz gutes Zitat gebracht, was ich mal einfach so weitergebe. Eine Frau darf ja wohl Arsch und Tippen zeigen. Ja, klar, das Mode-Label spricht uns allen nämlich aus der Seele und steht dafür, dass kurvige Frauen elegant und sexy aussehen sollen und dürfen. Und zwar jederzeit. Das heißt, hier wird auch Maß geschneidert und gerne kombiniert. Individuelle Anfertigungen sind kein Problem. Und wenn ihr mich gerade mal so anschaut, ich fühle mich quasi gestreichelt. Das ist nämlich ein Kleid von Pin-Up Bella Fashion aus Jersey größtenteils. Es fühlt sich an wie Seite auf der Haut. Es fällt ganz schön und leicht. Es ist ein tolles Sommerkleid. Es ist natürlich nur eines der Exemplare aus der umfangreichen Kollektion. Schaut unbedingt auf den Marktplatz. Die meisten Entwürfe sind inspiriert von alten Filmklassikern oder eben der Mode der 50er Jahre. Eigentlich werden meistens alle Schnitte selbst konstruiert, aber einige Originalschnitte sind auch immer dabei, um das Gesamtkonzept zu ergänzen. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, dieses wunderschöne Kleid zu gebinden. Es ist Größe 36, fühlt sich an wie ein kleiner Mädchentraum. Und ihr müsst dafür nur dieses Video auf Facebook teilen. Somit kommt ihr in den Loskopf. Morgen ziehen wir dann die glückliche Gewinner an. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020